Hey Leute, Galapoturtle ist hier und so und heute wieder ein Unboxing von Haribo Schlümpfe. Ja, leider konnte ich nicht bis gerade zum Video warten die Tüte aufzumachen, aber ich hoffe es wird noch ein gutes Unboxing werden. Und wir gucken uns erstmal die Verpackung an, wir sehen hier ja schon Schlümpfe, Papa Schlumpf, Kunibert, Schlau Schlumpf und irgendwelche anderen Schlümpfe. Und auf der hohen Seite sehen wir die Grammanzahl, 200 Gramm, MHD bis zum Januar 2014, richtig geil. Und ganz wichtig, machen wir mal Autofokus. Ah ne, meine Kamera hat ja keinen, ohne künstliche Farbstoff und jetzt machen wir mal einen Geschmackstest. Ja, wir sind nämlich hier gelbe, oh hier ist gelbe, weiße und rote, rote habe ich leider schon auf, die jetzt mal die so lecker sind, aber wir gucken uns einfach mal die weißen an. Und wenn man das schon abheißt, sieht das schön so aus, eigentlich ziemlich geil. Und ich muss ehrlich sagen, richtig geil kann ich nur die Kaufempfehlung für euch aussprechen. Das ist ein schönen Tag, also favorisiert das Video, liked es, teilt es auf Twitter, Facebook und Google Plus und vielleicht sogar bei ICQ, naja, oder Knudels. Bis dahin, euer Galapo, Galalalapo, gebt mir ein G-A-L-A-P-O.